Willkommen zurück zur Let's Play Castlevania of Sorrow... Area of Sorrow so und... Warum ist keine Musik hier? In diesem Speicherraum, das finde ich komisch. Und jetzt habe ich schon vergessen, wo wir hin wollen. Das ist nicht lange her. Ich glaube, ich wollte noch ein bisschen weiter zurück. Ich freue mich, dass wir den Supersprung hier, Doppelsprung haben und ich gehe falsch. Mal schön. Ich frage mich gerade welche Waffen und so... Waffen, Waffen und welche und ich... Die Lanze! Cool. Hier runter geht's nicht. Und ich habe Besuch, der da hat noch ein Mangelis. Schön, dass ich jetzt die Arena... Ich sterbe Zombie! Ah, da fällt mir ein, dass ich diese Zombies noch hundertmal killen muss. Mehr als hundertmal. Ähm... Falls ich es ehrlich gehört habe, mein Besuch hat gefragt wofür. Und weil mir gesagt wurde, dass hier noch so eine geile Axt droppen. Ach, das mache ich jetzt nicht. Cool, ich habe nicht mal nach oben gedrückt, dann kann das. Wollte ich mich verarschen. Ich mag die Lanze. Moment mal, da können wir hoch? Äh... Warum habe ich das nie gesehen? Ne... Ne, da können wir hoch? Oh, nicht du schon wieder! Schein Zombie Officer! Er mag einen Charakter. Ich hätte das gedacht. Geht aus dem Kopfraum, das geht vielleicht gar lauter und geht nach Hause. Zu Lehrer! Cool! Aha, ja, finde ich auch. Du stirbst bevor du mich verletzt. Und da war dieses Teleporten-Ding, das ich dann noch benutzen werde, also gut zu wissen, dass es da ist. Nein, nein, aus! Aus! Gut, die brauchen drei Schläge mit dieser Lanze. Mein Gott, die sind scheißdumm stark. Da ist ne... Ich will zur Waffe! Die sieht stärker aus als die, die ich habe. Ich will jetzt zur Waffe! Komm, geht's hier irgendwo runter? Tja! Komm! Komm! Nein! Toll, jetzt habe ich irgendeinen Ausrüstungsgegenstand, aber nicht das, was ich wollte! Äh, Moment! Äh, nein! Nein! War das das? Nö! Nö, nö, nö! Warte! Dann war das hier! Nein! Okay! Okay! Okay, was war das für ein Gegenstand? Ne, ich bin grad zu doof! Ah, da! Wir können damit nur schlagen und es weniger angucken! Höf, lane! Nein, ich will aufs Holding gehen! Wo ist jetzt die Lanze? Meine Lanze bleibt dran! Aber ich will die! Äh, das ist jetzt ein Wunschprojekt, also kann ich das nicht sagen! Mosse! Was soll hier dran ab nochmal schwer sein? Was soll hier dran ab nochmal schwer sein? Ja, aber das ist ja nicht so hoch! Und wieso kann man hier nicht durchgehen? Das ist immer so beschissen! Weil jetzt hier ist ja nicht so schwer wie ich sollte mit einem Teil her! Jaaaaah! Erinner mich nicht an die Teil! Der Nerv. Ich glaub, der war doch nicht so hoch! Hm, vielleicht! Und hier kommt man nicht mehr hoch! Ich glaube, ich brauche diesen Scheiß-Super-Super-Mega-Sprung, aber man konnte ihn, glaube ich, nicht höher, oder? Nö, man konnte ihn sowieso nicht höher. Jetzt gehe ich schon wieder falsch. Ich weiß doch, dass es doch nicht weitergeht. Ich muss hier runter. Und wie komme ich jetzt zur Waffe? Das... Das brauche ich jetzt, diesen Hypersprung, oder was? Anscheinend, irgendwie... Irgendwie soll man da irgendwann mal hochkommen, also... Ach, egal. Scheiße Zombies. Nerv... Echt? Ihr macht mir nur einen Schaden, also nervt nicht. Ein Schaden ist wertvoll. Ich bin schon mal so oft wegen nur einem Schaden gestorben, also... Nervt nicht. Was war das? Das heißt ja, der Verkäufer, also ich gehe erstmal hier hoch. Ja, hier war ich noch nicht, also gehe ich hoch. Hier ist keine Musik. Einfach nur Wind. Und hier ist irgendein... Lucky Charm. Jetzt soll er auf die falschen Knopf. Und schon wieder. Mal sehen. Erhöht zwei Glück... Moment. Erhöht... Nur zwei Glück. Äh, drei Glück. Hm... Boah. Verteidigung wird erstmal unwichtig. Ich wette, ich bereue es das zu sagen. Wie schon mal zuvor. Wieso kann man hier nicht durch? Sehr ehrlich, das... Was zur Hölle? Was? So... Egal. Sie hat bestimmt nicht mehr viel zu sagen. Und was können wir hier bei dir kaufen? Ja, bla bla. Keinen Bock vorzuleben. Ja, wir wollen was kaufen. Okay, komm. 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 Kaufen! Kessel Map 1? Kessel Map 2? Die kaufen wir doch mal. Potions! Ja, ich will Potions. Ich will Potions. Ich will Potions. Komm, ich habe genug Geld. Holen wir uns doch hin. Mind up, einmal. Zwei Mal zur Sicherheit. Ultivenom, habe ich genug Ankers. Oh, waffe. Combat 9? Schwach, schwach. Hammer, den habe ich schon. Oh, die kann ich auch noch einmal kaufen. Bloodsword, Spear. Waffen, die wir zwar noch nicht haben, die aber schwächer sind. Also werde ich sie nicht kaufen. Was sei denn? Wir haben zwischendurch über Battlefield. Stärke und Attacke hoch. Moment. Stärke, Stärke. Keine Ahnung was das sein soll. Hm. Oh, die Verteidigung geht wieder runter. Und da mehr? Kann ich mir sowieso nicht kaufen. Okay. Ich verkauf mir gar nichts, was ich überall finde. Dann ab zum Tindle Porter. Oder wo können wir noch hin? Ah, das ist also Castle Map 2 da oben. Ich glaube, da gehen wir mal als nächstes hin. Und ich glaube, da rechts weiter, da brauchte man tauchen. Aber auch den Doppelsprung. Und wieso wollte ich den Tindle Porter benutze? Ich will nicht da hinten hin. Ja. 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 Nein, nein. Lass die Fehlermäuse machen wir ihn auch nur noch reinschauen. Der Typ stimmt nicht. Puh. Okay, wie lang ist es für sowas nicht wirklich sehr gut. Aber, wenn ihr gesagt habt, im Doppysprung kann man hier leichter vorbei. Oh, Fische. Mehr Fische. Komm. Mein Ding doch nicht. Was? Der kleine Fisch trifft mich nur einmal, dann haut er ab? Muss ich verarschen? Was? Wir kommen da nicht hoch, oder hat dich das schon getestet? Boah, Fisch. Das hat der Herrlich schon getestet, das hat er nicht hochkamen? Oder war es eine andere Stelle? Nein, das klingt auf. Na, das ist toll. Wir können hier noch irgendwann so eine Ability, womit wir wieder sprengen können. Das wäre immer viel besser. Würde ich jetzt überall hin kommen. Was? Ach, ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Und jetzt lasst mich hochgehen. Wo war der hier denn? Wieder zurück. Ich mag euch nicht. Okay, ich finde es selbst gerade langweilig. Ja, hoch. Was? Ich mach euch nicht schon an? Ach, nein, nicht hoch. Wie weit hoch noch? Kann man nicht einfach so hochgehen? Was ist das mit einem? Wann ist der mit einmal weg? Seit wann? Oder seitdem ich die Lampe habe, oder habe ich die noch mit der Lampe gekillt? Was? 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 Muss ich jetzt? Ja, muss ich. Ich muss mir gleich zeigen. Ach, Hafien. Geht durch, wennne! Ich muss das euch erwischen. Und wieso leckt das jetzt auch einfach wieder gut vor uns? Ja, schrei, Hafien. Schrei. Oh Gott. Könnt ihr euch nicht treffen lassen? Warum macht ihr hier 15 Schaden? Das ist 40. Komm. Komm runter. Was? Kannst du ja auch noch sehen? Dann wird die Alpha vergessen. Kannst du dich mal treffen lassen? Nein, nicht. Hau euch halt an. Oh nein. Oh nein. Hier waren ja diese scheiß starken Gegner. Nein. Okay, ich glaube... Ich glaube, das war nicht wirklich... Ach, hier haben wir einen Typ getroffen, oder? Ich hab Schwinn. Ich hab Schwinn. Ich hab Schwinn. Ratler! Der will Curry werfen?! Okay, das Curry würde ich lieber essen. Anstatt so zu ver... werfen. Ich mag Curry. Okay, hier war jetzt nur... Ja genau, die. Gegen die ich nicht antreten wollte. Aber die brauchen ja jetzt nur noch 3 Schläge. Anstatt 500.000. Jetzt gibt's sogar noch rote Geister. Rote. Kommt ihr mal? Ja genau. Und dann, wenn ich so mache, dann kommen die natürlich nicht. Ich will wissen, was die roten Geister eigentlich bringen. Die müssen doch... Ich wollte ja nicht runter. Die müssen ja auch irgendeine Ability geben... äh haben. Okay, dann klappern wir halt erstmal unten alles ab. Guck, äh... kein Bock. Hey, die macht auch, wenn ein Gegenstand da ist. Ne, hier schon wieder. Und das sind so hohe Auszahlen... Anzahl. Was? So! Wie weit kannst du deinen Arm bitte strecken? Ich schau wieder so einer. Ich schau wieder. Ach du Scheiße. Wie viele von dem... Muss ich den jetzt jedes Mal besiegen, wenn ich hier vorbeikomme? Scheißdreck. Ich komme unten wieder. Kann ich das? Ja, ich kann von unten kommen. Was? Was bist du denn für einer? Was zur Hölle? Sollte das für eine Attacke werden? Ja, okay. Wie? Wie viele Schläge waren da? Sechs. So viel brauchst du? Willst du mich verarschen? Hm, wieder eine Po? Ich bin schon wieder hierher. Ihr seid mit einmal weg. Wie viele Erfahrungspunkte bringt die eigentlich? Ach, toll. Könnte man theoretisch fahren. Mir ist so gut. Also abhauen. Was ist denn eine Karte? Ne, das war ein Arm. Ich dachte, das wäre gerade irgendwie so eine Karte. Ach man, können wir die Flaschen nicht aufnehmen? Da wäre vielleicht was Nütziges... Nützliches. Nicht schon wieder so einer. Ne, komm. Level up. Wie viele Erfahrungspunkte bringen diese Typen? Das muss der Held nicht viel sein. Was haben wir auf... Warte, 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 warte. Kann ich jetzt höher springen? Ne, nicht. So, ähm. Moment. Das ist geil. Mein Glück geht zwar runter, aber wenn ich getroffen werde und springe, erhöht es mein Leben, oder wie? Was? So. Das ist unnötig. Das ist unnötig. Das ist unnötig. Das ist unnötig. Also lieber Glück hoch. Und jetzt habe ich unnötig HP verschwenden. Jetzt will ich wissen, wie viele Erfahrungspunkte hier gibt. Ich brauche noch 1721. Autsch. Das ist nicht wahr. Die bringen über 50 Erfahrungspunkte. Und hier geht es nicht weiter. Also musste ich doch oben lang. Das heißt, es ist nur für 500 Yen, Dollar, irgendwas. Das ist nicht wahr. Ich bin gleich tot. Wie habe ich den jetzt noch erwischt? Hm. Kommt ihr nicht mal so schnell nach? Das ist doch wohl nicht wahr. Ihr Typen seid blind. Jetzt kommst du schon wieder. Äh. Warte. Sollte ich hier nicht dieser andere Typ sein, oder? Oder kommt der erst im nächsten Raum? Dieser. Ja, im nächsten Raum. Nervlich. Autsch. 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 Der Typ da ist doch schlimm genug, aber dann noch diese zwei. Mein Gott. Das ist viel zu viel. Hier komm ich nie wieder vorbei. Ich glaube, ich muss hier noch nicht mal vorwachen. Hoffe ich zumindest. Na, hallo, Puppe? Moment, die kenn ich doch. Die werfen doch nur irgendwo. Nein, die messen doch. Die werfen Messer. Ähm. Ja. Okay. Wie komm ich jetzt an dieses... DANG! Und ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme, weil ich mal wieder... Was, Tolle, sind das für welche? Werfen die auch nur Messer, oder was? Leichenhandel? Oder was soll das daraus sein? Oh Gott, ich merke, ich hab noch drei. Was? Der kann kicken? Evil Batscher. Okay. Und ich hab nur 65 HP. Das ist schön. Ich kann doch Potions benutzen. Verdammt, ich muss ja noch zurückgehen und so. Bevor ich zum Speicherfilm komme. Ich hätte mal vorhin wieder speichern sollen. Wann zwar nur ein paar HP, die ich verloren habe, aber... Immerhin, ein paar HP kann... Kein Leben retten. Nicht wahr? Eine Boss-Tür. Na, toll. Okay, kein Bock auf die Boss-Tür. Also gehen wir mal hier lang. Oh! 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 Das rettet doch alles! Vor einer Boss-Tür gleich ein Speicherpunkt. Das rettet alles. So, dann... Fässer? Nebel? Und ich frag mich, was... Uah! Deh! Was ist das für ein Golem? Autsch! Ich glaub, zu nerven. Wenn wir... Genau! Komm! Hau ab! Hau! Steine! Hau! Ich hab' den Spann des Spannes gespucken! Nein! Aus! Keine Stein... Ha-ha, Daniel! HAAAHHHHH! Warum spring ich da rein? Nein! Geh... Wie man's kannt... Äh... Äh... Hängengeblieben und so... Das passiert aber... Komischerweise... NEIN! Steuerung? Wo bist du? Ich dachte nicht, was ich schaffe nicht! Äh... Ja, gut... Äh... Moment... So, jetzt funktioniert's wieder. Ich hatte mein Gamepad draußen. Hör auf Steine zu spucken. Äh, warum mal eben geblockt und so? Nein, du haust ab. Zwei AP. Oh, warte, äh, eine Portion benutzen. Eine Portion von 100 AP. Hör auf Steine zu spucken. Wie offen sich das noch aussahen. Also, das passiert ungefähr nur bei Castlevania. Das... Die... ja... Ah, mein Besuch, der schreit noch mal wieder. Total fail. Was? Ich hab mich besiegt! Total fail! Hätte ich die Purschen auch lassen können. Jetzt mal ehrlich. Hm. Aber wer hätte das gedacht? Egal. Was, schon wieder? Ja, stimmt ja, ja. What the hell, naja. Neue Fähigkeit! Komm zu mir! Slide by Blessing. Ja! Jetzt kann ich endlich diese Scheiße items und so holen! Juhu! 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 Ähm... Eigentlich lang genug. 20 Minuten und so. Aber ich werde hier nochmal... Diese Fähigkeit testen! Evil Butcher! Äh, Evil Butcher... Evil... Evil Butcher... Juhu! Juhu! Nur 5? Das macht doch wenig Schaden! Wirft ein Messer! Ach so, das ist sehr schnell! Äh, du, da könnte ich den allerersten Skill auch benutzen! Der ist auch schnell! Ne, geil! Tun wir sowieso meinen Lieblings wieder ein! Und zwar den Geist! Juhu! Ich mag die Geister! Was? Ich hab den getroffen? Und du bist schon wieder gestorben! Das ist toll! Ja, du kannst kein Sonic Color spielen! Auch wenn es auf der Video ist und du eigentlich nicht wirklich... wie begabt bist, aber... Ja, kennen wir doch schon aus! Ja, kennen wir doch schon aus! Ich meine, die haben die Zürcher Spielverlust! Ja, ich weiß, kennen wir schon aus anderen spielen! Ja! Vielleicht kann ich noch mal auch... Auch ein Sonic Spiel! Ja, was? Ja, was? Ja, wo ich halt jetzt keine Werbe habe! Und ich würde sagen, da ist der Party beendet! Bis zum nächsten Mal! Ich hab keinen Bock mehr! Es ist zu langweilig! Huiuiui! Und er freut sich! Wafan! Ich kippe mal die Zürcher, weil ich glaube, die Zürcher zu feiern! What the fuck?! Das schneide ich nicht raus! Ich weiß! Ja! Aber ich habe gerade das Gefühl! Ja, deswegen! Ist ja schön! Mir ist aufgefallen, dass ich das Spiel eigentlich nicht gekauft habe und selbst noch nicht weit gespielt habe! Egal!